Okay, ja, Ina war fertig beklaut und wir machen uns mal auf dem Weg weiter hier unten entlang. Was ist das? Da stand jemand. Also, ich würde euch hier nicht raten, den unteren Weg zu wählen. Der ist ziemlich gefährlich, weil da, ach guck mal, da hinten muss ich nämlich gleich lang. Ich will eigentlich den Falk schon weggehen. Wie kannst du mich sehen, wenn ich unsichtbar bin? Einer muss man treffen. Nicht Einer treffen. Ich fass es nicht. Ja, jetzt rennst du wieder weg, ey. Ist das nicht dein Ernst, Alter? Wie eine Feige sei. Aha, hab ich dich trotzdem noch gekriegt. Okay. Ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich einen ganz anderen Weg gehen. Aber wir folgen jetzt mal den jetzt. Das nehmen wir das Nummer und das nehmen wir auch. Wie ihr jetzt sehen habt, da hinten sind noch mehr. Das ist hier eine Fabrik, da können wir später auch nochmal rein. Ist ganz interessant, die Fabrik. Ich muss mich mal heilen, schnell. Das. 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 Deckung. Äh. Ja, schmutziges Wasser. Ah, ich muss jetzt mal schon ein Para von nehmen hier. Oh, Mann. Das ist die alte genau in Deckung wieder. So, jetzt aber. Sehr gut. Ah, die Gegner sind ziemlich stark mittlerweile schon. Nein, ich wollte die hier. Na komm schon. So, jetzt. Das war's für ihn. Perfekt. Okay. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch. Und das andere auch. Und hier auch. Okay. Man merkt halt, dass mein kleiner Waffen-Skill-Level noch nicht sehr hoch ist. Deswegen krieg ich noch übelst einen hohen Schaden. Wie? Hab ich so das Gefühl? Ich bin nicht da, wo ich eigentlich sein wollte. Oh nein. Wie? Ganz falsch bin ich jetzt hier. Jawoll. Ich muss bloß den Schädel treffen dann. Ich dachte schon, ich bin in einer Raider-Stadt. Das wäre jetzt dann nicht ganz so groß, was ich erreichen wollte. Das geht. Ich muss aufpassen, dass hier keine Fallen sind. Ich muss aufpassen, dass hier keine Fallen sind. Messer. Schon wäre viel zu viel Schaden bekommen hier. Oh. Oh. Hat sich gelohnt. Oh. Das wäre ein Ignite. Ja. Langsam verbrauche ich ganz schon viele von den Stimpacks. Oh. 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 Da wollte ich eigentlich alles noch gar nicht hin. Oh. nach da. Ich bin irgendwie anders gegangen als ich wollte. Oh, da sind noch mehr Raider. Ich glaube das ist doch die Raider-Stadt. Ah ne, das ist richtig. Da ist denn das die Luca-Cola verbunden. Oh, oh. Ach du hast nur die 32. Wow. War hier nicht noch einer? Ne. Da sag ich ja. So, dann müssen wir mal gucken. Genau, da ist die Luca-Cola-Fabrik. Ne, da. Ist das nicht schon die? Ist alles bei der Raider, ey. Das ist die Luca-Cola-Fabrik. Das können wir schon mal markieren. Damit wir mal später dann mal hin können. Das war nur dein Arm. Oh, Mann. Mann. Pistole. Ich sollte doch demnächst, wenn ich wieder sehe... Was war denn das? Der kam ja aus dem Gebäude. Aus dem Mutter ihres Präsidenten, John Henry Eden, direkt in ihr Herz. Das Böse kann durch seine Unterdrückung verderblich sein. Stimpex werde ich jetzt mal demnächst doch kaufen wieder. Oh, ein paar Luca-Cola-Flaschen. Für umsonst nehme ich doch gerne an. Und nochmal zwei. Das ist gut. Kann ich jetzt zur Heilung gebrauchen. Und ich krieg so auch noch Money dafür. So, wir folgen jetzt aber trotzdem... Mann! Was springt denn? Den Marker. Dann sind noch mehr Raider, ey. Das ist sowas von eine verseuchte Gegend. Und ich glaube, ich hätte hier nicht runter gehen dürfen. Ich komme da gar nicht mal hoch, wa? Komme ich hier noch hoch? Wo komme ich denn hier hin? Also ich glaube... Ach doch! Ich bin... Richtig. Hier kann ich... Ah, dann aktive ich das auch noch schnell. Oh, diese random Explosionen hier immer überall. Ich bin jetzt ein bisschen weiter zurück gespawnt. Und... Also ich musste komplett jetzt noch mal das noch mal machen. Ich habe jetzt hier zwei, drei Gegner mehr ab. Deswegen habe ich mich entschieden. Dass ich hier kurz wieder einschalte. Und ich muss mal gucken. Ich muss mir einfach mal nach... Ähm... Boah, da ist noch ein Raider. Alter, das gibt's doch bald gar nicht. Komm mal her, komm mal her. Boah, da sind so viele Raiders. Hier ist alles voll... verseucht. Ich muss mir mal gucken. Es gibt da so einige Mods, die... Ich bin John Henry. Scheiße, der scheiß Augenbot. Ähm, die... Ja, Fixes für die Bugs hier anbieten. Oh, jetzt kriegen wir sogar ein bisschen mehr als vorher. Na, wo bleiben sie denn? Diesmal habe ich gespeichert. Oh, ey, Wahnsinn. Wie viele Schüsse ich brauche, um die zu nüten, zu nüten. Man merkt, ich bin echt... Oh, aus nächster Nähe... Ist das ein Scherz? Ich wollte kurz sagen. Schiepistole... ... ... Hier sind nämlich noch mehr ein Kopp an. Ich krieg mal... Das... Wahlrecht. So, jetzt haben wir ganz kurz nochmal... ... ... ... ... ... ... Die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Natürlich. Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen erhalten und unsere gemeinsamen Werte vorwärts in die Zukunft tragen. Demokratie, liebe Amerikaner. Demokratie. Jetzt. Und für alle Zeit. Jetzt. Ja, ja. So, nochmal speichern hier. Aber das war schon immer so. Normalerweise haben die aber die meisten random Crashs hier eigentlich rausgemacht. Das liegt manchmal an diesen Gebieten hier. Ich weiß nicht. Ich habe das früher alles gefixt. Ja, aber ich gucke mal, ob wir das... Ich mache das jetzt noch eben damit und dann ist es fertig. Achso, ich wollte mich mal heilen wieder. Nein. Okay. Das muss erst mal reichen. Ich speichere nochmal. Ich habe Angst. Ich würde mich nicht wundern, wenn es hier nochmal quescht. Nö. Sonderlieferung. Sonderlieferung. Oh, komm. Oh. Die hellsten seid da nicht wirklich, wahr? Okay. Das, 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 das. Was ist das? Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier irgendwo gab es... Ach, da oben war das. Hier. Der Bereich. Kann ich hier irgendwas markieren? Ja. Oder? Nee. Hm. Es lockt ja jetzt schon an, dass ich jetzt erstmal hier hingehe gleich. Nee, ich möchte erstmal das wirklich mit der Bibliothek machen, weil ich habe jetzt die ganzen Bücher mitgenommen. Oh, und da oben müsste ich auch nochmal lang gehen. Genau. Oh. Ach, Mensch. Psycho. Okay, das war's. Ja. Da oben, wenn ich da lang gehe, da gibt es richtig Ärger. Aber ich kann das hier schnell noch aktivieren. Die Red Ways. Ach, nee. Die ist ja da oben, wa? Da muss ich nochmal ein Stückchen weiter nach oben gehen. Genau. Oh, da sind noch mehr, ey. Das ist alles voller Raiders. Und hier ist es richtig gefährlich, glaube ich, oder? Ja. Oh, scheiße. Der geht schon. Der ist nicht das Problem. Es ist ein anderes Problem, das zeige ich euch gleich. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Na, der war war toll. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles verkaufen soll, ey. Verdammt. Oh, scheiße. Das kommen die ganzen Tönen schon. Na gut, wir machen es anders. Erstmal kann ich das hier miteinander reparieren. Ja, das machen wir mal. Und wir werden die auch nehmen. Wir werden uns jetzt ruhig mal Zyko wieder reinhauen. Na klar. Warum auch nicht? Und wenn wir da schon dabei sind, können wir auch Mad-X nehmen. Was ist das? Ne, der Typ hier hat uns gehört. Na ja, kommt her. Ja klar. Der war besser hier. Jet-abhängig auch noch. Jetzt versteht er warum. Ach, wir waren zu nah an ihm dran. Das ist gut. Äh? Ja. Okay. Das war Glück gewesen. Alter, der Kack-Typ hier hat einen Raketenwerfer bei uns. Das ist irgendwie ein Raiderhändler. Der hat hier ein kleines Geschäft. Äh. So, hier haben wir noch wieder was gefunden. Na. Na. Ach, verdammt. Jetzt war ich zu gierig. Flammenwerfer-Munition. Nochmal Flammenwerfer-Munition. Ich dachte, der hat selbst einen Flammenwerfer gehabt, oder? Ne. Ich hätte ihn ja gekriegt. Was? Scheiße. Ich wäre zu gierig. Was? Was soll ich zu? Jetzt, hier ist der Flammenwerfer. Das, 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 das. Noch ein bisschen passt im Text. Und Luca-Cola. Jet. Medics. Medics. Ekelige Ratten am Spieß. Ach, da guckt mal. Da oben ist Buff-Out. Hier ist wieder ein bisschen Pfeil-Munition. Ne, das brauchen wir alles nicht. Zuckerbomben auf jeden Fall. So. Gut, das war es auch schon. Tolles, wir können wieder... Wir... Bist du, Mann. Ach, ist schön. Ähm, ja, ich muss jetzt halt nochmal eben schnell zurück nach Megaton. Tut mir leid. Ich weiß auch mal bloß nicht, ob ich sowas rauskappen soll. Wartet mal. Das machen wir noch schnell. Guten Abend. Oh, ist ja schon wieder dunkel. Ich weiß, das... Ja, hat die alte jetzt schon wieder resetet? Na, ich muss eh wieder reparieren, ey. Wir haben uns nichts zu sagen. Was? Was war mit ihnen denn? Ja, das ist das Einzige, dieses Hin und Her. Das ist halt ein bisschen ätzend, weil man irgendwie viel mitnehmen will und man nicht so viel Platz hat. Ich habe schon sehr großen... Ich habe schon sehr großen... Gibt es dort Bücher? Kann ich mir welche ausleihen? An solchen Orten... Bitte... Ich will... Bla, bla. Was gibt es in einem Angebot? Oh, sie hört wieder. Aber das ist das gleiche, was wir vorher hatten. Oh, hat der noch so viel Kohle gehabt? Weg, weg. 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 Flammwerfer braucht keiner. Nein, das kann ich nicht machen. Splitterranaten behalten wir mal noch ein bisschen. Da können wir ruhig eine verkaufen. Ah, komm, wir wollten uns ja noch... Die ganzen Stimpacks, die nehmen wir jetzt alle mit. Die sind ganz schön teuer bei ihr, oder? Ist mir das gerade mal aufgefallen? Boah, guckt euch das an! Und schon ist man jenseit... Alter! Eben hat sie mir fast ihr ganzes Geld geben müssen, und jetzt, bumm, auf einmal schulde ich ihr. Das ist der Hammer. Hier, kannst du haben. Mann. Lasergewehr. Komm, hier kriegst du noch ein Sturmgewehr. Was höre ich damit? Das, das, das. Das, das, das. Das sind 50, ne, das haut hin. Gute Jagd! Was ist jetzt pleite, Fräulein? Aber ich musste wieder was reparieren, scheiße. Hm. Ah, dieses Gestell... Und das ist, wie gesagt, das finde ich hier am... Das finde ich richtig kacke. Das ist viel zu viel. Ich muss andauernd, das hält gar nichts aus. Ach komm, ich verkauf mal auch den Scheiß. Okay, das reicht erstmal. Wir müssen uns aber jetzt noch schnell bei unseren Stationen heilen, weil wir ja abhängig sind. Und zweimal halt gleich. Ach, Mann. Und dann kümmern wir uns, wie gesagt, um die Bibliothek. Und dann um die erste DLC. Ich hoffe, es verläuft heute alles nach ihrem Geschmack. Na ja, immer im Meer. So. So. Wo haben wir stehen? Boah, wir sind ja richtig weit gekommen. Habt ihr gesehen, wie weit wir noch weg waren? Ach ja, wir mussten ja wirklich richtig weit gehen. Stimmt. Na ja, gut. Kriegen wir hin. Hab ich noch die Shotgun? Ja, ich glaube, ich hab noch die Shotgun drin. Für, sag ich mal, so eine Entfernungs-Kämpfe bringt mir die aber nichts. Vor-Dog, warme güne. Ja. Musik. 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 Musik.